Musik Jessica Vetter und Pepe Fritz legen ihrem Entwurf Transparent Arbeiten, Leben, Konsumieren, Wertschätzen – das Prinzip der Transparenz zugrunde. Alle Prozesse auf dem landwirtschaftlichen Betrieb können besichtigt und nachvollzogen werden. Dadurch wird eine größere Wertschätzung für die Landwirtschaft und ihre Produkte ermöglicht. Der Besucher wird über einen Rundweg geleitet, der beim Sauen- und Abferkelbereich beginnt und entlang der Mastschweinehaltung bis zum Schlachthaus führt. Der Weg endet schließlich im zentral gelegenen Hofladen, der natürlich auch auf direktem Wege erreicht werden kann. Der Kontrollgang des Landwirts verläuft parallel zum Rundweg und ist durch raumhohe, drehbare Holzlamellen abgegrenzt. Die bewegliche Fassade ist gestaltprägend. Die Ein- und Ausblicke können jeweils reguliert werden. Das Konzept vermittelt Offenheit und Transparenz und bildet innerhalb der Struktur gut funktionierende räumliche Bezüge. Die Leichtigkeit der Architektur eröffnet dem Besucher interessante Erlebnisräume. Konzept, das Konzept ist eine Art und Auschwalt. Das Konzept ist eine Art und Auschwalt. Vielen Dank.